alle leute und willkommen zu unseren ersten Lp Prozent wir haben zuerst so viel hat man schmerzt und ich bin nicht allein sondern da Lukas und der Bartelsz in der Fall Hallel ich hätte es wollen die Art Jürgen er hat gehalten ich bin und fehlt das nicht da und die Art von Schmerz Prozent hat sich dabei die Erwärtscheid der Barriere ist als Betracht wir spielen zu dritt leider nicht zu fünft ab und ja wer lässt vor ich lese ich bin wieder er wäre auch lässt sich an der Lese ist klar geht schon ich habe mich auch gelegt Prozent um erstens keine Böcke zerstört zweitens keine Blöcke drittens Felge weg fünftens nicht an der Seite hochklettern fünftens auf peaceful stellen meine Garantie für Creeper ich meine keine Garantie für Creeper ich kann nicht lesen und jetzt viel Spaß Skate 702 ja hoffen wir haben wir auch optimale optimal bei Settings Brighters hey Pauli hau nicht ab ja ich bin umabsichtlich ich kenne die Türen weil ich halte die ganze Schneeballer mit der Milchleiter Schneeballer da war er noch nicht so dass er hat er hat er schnell an der Nähe des Buches mit der Kuchen für eine Menge auch ich habe Gäber Burschen ja ich bin ja so normal ich will ja auch leidtolien aber ja alle kommt ja ich nehme einen Kuchen mit Pauli da oben erwartet euch ein Kuchen Prozent und ich habe den Namen zwischendurch extra für die Leute ich habe den Kuchen bei den Allerwissen dort noch aufzug nee lass mal aufzug Päckchen die gleiche abtänen das ist ein solches noch kenne müssen alle können aber bis zu die Lütze das soll zu sagen als Bad Boy Image bei Ort falls auch nicht besagen die Erklärung der Klärer über die Musikschilder lesen er ja noch nicht im Westen links ist was er sich schafft man die Platte mehr bis und voll vorhandenen Wissene zartenswert also platz ist so ist es für die deutschen Kollegen aus deutschland er aber immer ist das ist aber erst was ich immer beschweren will dass wir vielleicht in ihren nicht den Hochdeutsch oder so reden ganz zufällig sind wir Österreicher okay dass sie die auch schon am Namen auch auf Faket soll ich behalte ja das sieht man dann in der Sprungkünsten das für Österreicher sind ich hätte genau also sollte es schaffen er kommt ja NM es der Erkonstruktion er auf die Klose über zur Dialekte darunter reden sonst versteht ihr ja gar nichts als er vor Ort mit den Scheißen ich weiß dass ich jetzt bin ich schon so hoch gekommen jetzt darfst du kein gar nicht drunter schlack das hat Geld die Wichse die Öl so was wollen wir machen und was geht's das darf man hier nicht sagen sonst können wir das Alter traurig ich sag's dir ich wollte er sehen Dirk und Lauf das Sprengt jetzt gleich in die Luft warte das sage ich dir müssen gleich weg 3 2 ja und ich kann gar nicht mitspielen ja ich hab's gesagt so Checkpoint Kaka da könnt ihr mich auch bitte tippen oder so ja und wenn es einer schafft wenn die anderen tippet herzlich haben Checkpoint aktiviert oder so warum ist es ja so eine Map spielen damit ich ganz ruhig sein Checkpoint jetzt ah bollinen haben erst ja da ist er die ist mit dir du Nudler das wäre mal ein fetter Fail von mir ey warum sind die Beine im Boden ja wir sind halt Schwimmer gegangen dürfen wir dies nicht dies ist ein freies äh 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 ja übrigens Philipp hat eine 5 auf die Deutschschularbeit ach danke dass du das mit uns ähm ganz kurz das war die Halt auf die auf die auf die Fahne fünf jahr will ich noch ganz kurz haben und für alle die nicht wissen was will ich es ist das Böden was Lager ist Eier Jürgen die ich war heute Leute 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 das habe ich wirklich nicht in die Haare die Haare die Haare die Schamhaare Ach ja, Pauli Lalalalala Abbrüllen, Lalalalala Okay, ich warte jetzt mal Was ist das jetzt runtergefallen? Hilfe Hilfe Was ist das jetzt so Opfer? Was ist das runtergefallen? Nein, bitte Und bist du auch runter? Moin! Was ist das? Schimpf von Kimi, wieder Opfern Alter, wie komm ich da bitte rauf? Du musst es nochmal neu machen Folgen mir, folgen mir, folgen mir Ich muss das nochmal So, ich bin von Anfang an Alter, wer heißen denn da Null Revenge Null? Keine Ahnung, wer hast du aus? Ah, fuck, ich suche noch meinen Namen ändern Ja, ja Paul Breyer, Paul Breyer suche mich auf Facebook, bitch Ich hab so wirklich... Oh, ich bekomme eine Anzeige Nein, fuck, fuck, fuck Okay, ich hole dich jetzt, Kollege Kollege, ich hole dich Ja, ich bin hinter dir, hol mich Die Stinks sind nur für Privatkunden Ja, deine Mama ist für Privatkunden Deine Mama ist für Privatkunden Deine Mama ist für Privatkunden Deine Mama ist nur für Privatkunden Für Privatkunden Jetzt schenk ich's erst selber Alter, Paul, Freder, Freder, bitte Leute, Alter, ich hab's euch nicht in die Haare, komm Alter, was laberst du dir immer für den Scheiß, hauptsächlich nicht in die Haare, was? Pauly? Ich hab's dir, Pauli, Klazkopfes Ach so, Alter du siehst mich nicht, alter Paul, verzieh dich los gib weg, Pauli ab jetzt blöde Ziege warte, ich hab die Schneebel, vergiss das nicht was heißt das oh ja, du wichser deine Mama wer hat das hingemacht keine Ahnung ich bin so weit noch nicht Lukas, du suck du kaksemmel du du kaksemmel du du mein hu du oh ja, du musst nur die ganze Schimpf wird aus rechtlichen Gründen rausschneiden die ganze biubbi biubbi die gehören ja in die Schimpf äh Lukas, wo bist du, eigentlich den ganzen Runterfall Checkpoint man soll drauf springen, aber ich hab's vorher vergeist Philipp, Tp, ich sonst zuckig aus ich bin hier nicht mehr zu verabschiedet Prozent er hat es los Prozent Prozent Schütteln Tüte Gronen und wo bist du eigentlich also ich bin ich bin schon weiter als habe ich dich gerade umspringen gesehen ein TPM ich du Bitschklinger an weil du musst das selber machen erst sollten wir nicht aufeinander warten die heutigen wie gesagt wenn es einer geschafft hat dann wird alles nehmen nicht so er ist sie so gut scheiße ihr werfen uns ist sicherer Prozocker oder so ja und ich finde das nicht um um und ja das wird dann ein bisschen woher man dann dort ist bis man da mal oben ist und das wird dann ein bisschen problematisch wenn dann kann der schlechte alles überspringen du musst nicht mehr sparen problematisch wo an die dann dort das bis man da mal oben ist das ich könnte kreativ muss ich auch schon mal ab das umgekehrten in der Artikel abbrust stimmt du bist ein Schicksal und die CDU Pauli man kann es wiederholen aber nicht so er hat auch gebraucht ich ruf dich an ja weil auch mein Handy ist das gibt es doch nicht alter bestes Leben worden das ist das riecht wie Lukas das ich will nur nicht mehr vor Ort ist er auf er die muss ich da jetzt weg springen die 4 weil ich habe gerade selber halt Probleme und Pauli warum Phil warum gehst du hier hin du wirst mir jetzt verarschen oder wie soll ich nicht im Modus Schauer ich kann ich bin ich in Kreative er hat drei neue Freundschaftsvonfang ich bin so Filmkollegen Spaß aber ich bin eh nicht Alter wohin gehst du du bist falsch ich suche gerade im Pauli ich will den Pauli unterstützen mental unterstützt ja Leo wir spielen gerade ein Let's Playo wir spielen Let's Play wir haben die Produkte in einem Bild und was ist heute in der Leer und noch nicht achten wir dürfen kein Bettelfeld spielen die Ehe was ist das Wort so was haben wir doch gar nicht bitte frage gar nicht ob der Bettelfeld spielen weil wir gerade auf er auch immer sicher doch das heißt wenn man singt es gibt was den Leuten sagen willst sage es erzieht die zielig Kollege zuerst der abzug bei der hey Pauli wir spielen später mit um Leo weist eh schon was ok ich bin für mich ich bin ein ich dachte nicht ich bin und genau eine neue Premium Version nur zum empfehlen Kollege ja Pauli wo bist du was ist geschafft ich bin ganz rund ich bin gestorben wo bin ich ich bin alle leute so wie es aussieht müssen muss ich wieder alles regeln du bist alle kartoffeln alter was hast du für ein scheiß hetzer das wird neues kopf ja voll so hat gebucht das ist alles hdkd so wie komme ich da wieder zurück sie kann mich jetzt bitte wer tp fangig an zu weinen feldig kannst du tp m du weißt schon dass ich am arsch der welt ist ja keine ahnung wo ich alter leo ruhe wenn es ein scheiß hetzer heiztmen ich glaube ich muss uns alle erst machen ja ja du kannst mitmachen also das ist der leo der auch wenn ich nicht so aufweist er hat er kann ich mich dazu aber und ich kenne ja nicht er sich freundt aber ich bin alle du kennst ja dass sie nicht mehr da darf ich mitspielen ach so ja genau und vor allem ich bin auch atmen vergisst es nicht leo jede die mir okay passt keine ahnung wo ich glaube ich habe das war der körper okay das stimmt auch wieder ich werde ich werde er gehört sich nicht tp mich Lukas bitte da war ich ja ich kann mich nicht zu wählen ist ja okay du bist du darauf gekommen wo ist was ich finde ich bin jetzt kreativ modus warte gleicher schaffte neue peter ganz aber also er neuer kommst du bollin soll ich schalten kreativen modus aus kreativen modus den dieben modus schaffte du kleine kleine schlampe auf das war das wohl Lukas der Bodenbrot danke bitte ich hab dir nur geholfen was heißt der checkpoint was soll es sein oder die siegrönen noch als zurecht nämlich er ich bin jetzt gestorben ja in mir er will dir da da waren du wixxel die also das ist nur wenn man da reinfällt ich weiß schon oder war er er hat auch aber das hat er in der Portion ja warte ganz gut ich tp euch alle ich sehe ich ihr bekommt alle keine atmenrechte weil ich hab auch was möchte ja hast du nicht erst lasst mir die bitte wegen was sie mit darstellen und so ein zeug das ist ja auch wieder poli du springst also bist du so ich bin runtergefallen Geronimo hey Leo Leo darf ausnahmsweise überspringen ich bin nicht Leo ich bin Käse ja okay er ist Käse aber im spiel hast du Red Fox also du musst das Zigeuner nicht besorgen ja das ist das Problem damals hab ich Käse genau wusste nicht dass ich Käse bin ja dann zeig ich es für mich nein Wixi du bist so ein kleiner zwei mit einem Streifen wir müssen unten durchtauchen dann überleben wir ist das sicher weil wenn du wenn ich was das ist die Erde um so war das nicht gedacht man muss darunter Hadebixi das setzen Labyrinth naja das bin ich schon zehnmal durchgangen schau da ist ein Button und ich geht zu euch ich sehe gar nix schaue ich den Button drückt passiert gar nix das habe ich nur noch mal schaue da ist ein Button Lückerleitung gehört das dazu ja da muss man was so bist du musst du um weiter tauchen hallo 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 das kenne ich mir nicht mehr aus nein Leo vergiss es da darfst du ja nicht raus so kommst du mal ich rufe jemand dran lasst mich rauf gehen okay okay wenn jetzt dem Alter wo sind wir es muss der Button gehen ja ich hab den Button schon drückt aber da passiert gar nix weiter was lustiger wäre wenn da Zombies sind die mal ein wenig mehr Licht in der schcaß stetig er hat schon ein pauli so button ja geht schon warte ich muss ganz kurz was schauen wenn ich auf vorhin einen weg sehen welche vielleicht anders richtig nein ich glaube ich weiß was er macht sicher irgendwo was auch ja bingo pauli hat für die armen herz ich glaube ich weiß schon ich weiß schon was weiter ist auch glaube ich richtig oder glaube ich falsch glaube ich richtig okay das ist ja schade da wäre eigentlich ein Ei gewesen aber da ja nicht fair hingekommen soll müssen das nicht mehr kommt es mit was es kürzlich muss wo es noch mein Bild haben der Pauli Maseltoff wohin so schon mal wir müssen warten drücken er hat kurz nachdem in den Banken nicht gewinnen möchte ich weiß ich habe nicht dass er das ist wieder in den Haus müssen wir wieder unten durchtauchen glaube ich eine Art war ich das nicht finde den Schalter und es ist so schön es ist ja auch so ich glaube ich glaube es ist nicht er ist verletzt wird denn weil es ist gestanden es ist gestanden kann man aber ein bisschen schicken wie sie mehr licht ich sehe gar nichts mehr an der Warte lassen nach Fakten Prozent Optionen breitest breitest so ich bin jetzt auch mal oben warte wenn wir den Baden herz kann man in den Baden drücken ich habe schon nachgeschaut und das ist nicht so gut was ich nicht so gut ich effne was öffnet er genau er ich habe auch einen Baden gefunden für mich zu stören nein glaube ich ist das einfach nicht kann es nicht Arten das sind noch gut warte ich habe ich habe da hat mich an Baden ich weiß was gehört es sollte auf euch zu töten oder aber da fehlt Lohr und was bringt uns das wenn wir da oben sind und man nicht was schon ist weitergeht so also hat wenn wir den Schalter so er hat auch erst einmal auf einmal auf den Schalter und weiter geht ja er hatte war er hat auf Platz auf Montel was bravig hier noch mal bitte drücken noch mal er ist immer noch zu warten drücken geht Prozent Prozent ich gehe noch mal ein Button drücken Spaß Alter Hörmann die Stiftung Prozent die Zeit als das Säure weil es das kommt was wir lassen wir uns Prozent ich war gerade draußen von der Nähe der Zettbewerke ja dann verzieht ihr euch jetzt mich runtergestoßen ja ich bin jetzt ganz schön die Karte keine Ahnung war er drückte mal bitte es ist gedrückt der Astros der vorliegen zu einer Redstone Schaltung hingemacht weil ich hab ich hab ich die Redstone Schaltungen Schicksal jetzt könnt man es sagt dass er ist es da ist feuchte okay es ist offen das geht weiter viel spaß doch wir müssen runter so lösung ganz einfach lösung ganz einfach machte nachvoll muss man auch nicht mehr aber schnell wird auch runter im ständigen kreativ anzuhören gerade da ja gerade und dann rechts aber man hat ihn ich will geträgt links in was ist das ist die erste Wissen der richtig so perfekt ich glaube wir haben zu einer Schaft können wir haben zufrieden ich weiß ich komme nicht schattet er das scheiße gemacht was soll sind perfekt so weiter geht's ja ich weiß nicht die richtige Variante wie das geht aber trotzdem das war so schlecht von Machern mehr genau sorry YouTube ist immer die Macher oder wissen es sind fast immer die Macher Mist ich muss noch drauf Scheiße ich bin ja wieder da tschüss tschüss ich bin ja jetzt gerade nein gerne er sich das wurde das ist so eine Klasse für behinderte mal zurückgeblieben ich bin der Motorrad herz ich komme die leite hängt wenn ich drauf ist was hat sie jetzt ja nein du bist nur schlecht das ist alles ja bitte ich fall die ganze drunter ja Pauli wir sind das sowieso falsch ja ich mag was ja mal rauf was ach so ja erst du musst zurück nicht dahin ja ich weiß ich habe ich vorhin gerade aktiviert und ich habe es direkt wieder aktiviert okay geht mal rauf Philipp kannst du mich tippen ich ich pack's nimmer ja klar du glännisst du musst du ja nicht drauf erst springt mal auf die Fläche dorthin wo die jetzt ja jetzt reiht's mir aber gleich 3 und mal später egal geh mal da rauf und schau was du das ist ja das ist ja das ist ja das ist ja klar der kleine Sackte passt drei Stunden ja passt ich schau's mir von hier oben mal an oh du kleine Sackte das hättest jetzt nicht erwartet dass ich da oben bin was machst du jetzt keine Ahnung mach die Scheiße drauf Philipp kippe mich sei bitte bitte bre bre kommt bitte mach endlich so zu wo alter zu Alter komm schon lass auf mit den Scheiß lasst du dich bitte 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 komm schon das bin ich ja ja bitte heu'n runter Lukas heu'n runter meinst du so weißt du dass du ein kleines Arsch noch bist ein Kräuter vergesst es äh äh machen wir einen Cut weißt du was auch ja weißt du was noch kleines deine Mutter wir machen wir einen Cut so gut hat so was ich bin steckt das nicht machen wir eine Cut ach ja ich bin so ein kleines nein danke Leute fürs Zuschauen ich auch euch gefällt unser Video Patrick aber ein Wolle das ist normaler Cut das ist keine Verabschiedung das ist ein Cut das wird gleich wiedersehen was sagt bis gleich also ja Leute bis gleich wir sehen uns gleich wieder Ciao ich bin immer wenn es gerade Probleme gibt weil der ein oder andere treu'n wir haben gerade technische Schwierigkeiten wir bitten um Geduld wir bitten sie zu spät ich muss dann noch an deiner Technik arbeiten ja Philipp weißt du wo ich bin ich bin wieder am Anfang wo das Bett war aha ok machen wir jetzt einen Cut kommt drauf an hatten wir die ganzen Scheiß 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 raus ja gut oh eh warte 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 da ist das Creeper Face wir gehen nur noch mal ins Creeper Face rein da machen wir einen Cut ja aber tippe mich davor bitte noch ich bin gerade wieder am Anfang mit dem Springen Lukas wieso bist du da oben ist schon aus der Geh da runter ich hab nicht wir müssen im Wasserstrahl in die Höhe du wachst vom Schlitt boah ich denk nicht mal dran du weißt dass die Schalter mit einem macht soweit wieder soweit ich da oben bin mach ich einen Cut gell also zu Info ja ok dann lass ich dich nicht drauf nicht sprechen ich hab ein Geheimversteck gefunden dann haben wir auf die Pferde okay mal 50 Warten das Geld war es ist nur so wie ich noch mehr als in den Rädern dann würde ich sagen dass das Geräusch versteckt ist ja dann schüssen da schönen Tag leute und wir sind die größte Lüge Bupen Bupen ja also ja ja da hat er das ist Bis nachher, ciao!